Wenn jemand von Religion spricht, dann versteht jeder etwas anderes darunter. Für die einen ist Religion Opium fürs Volk und für die anderen das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich kritisch gegenüber Religion, weil oft ist Religion ein System, nach dem man feststellen kann, wer ein guter Mensch ist und wer eben nicht. Du tust das, dann bist du böse, du tust das, dann bist du gut. Im Lauhe der Geschichte gab es deshalb Kriege, weil man sich nicht einigen konnte, zum Beispiel, wer der wichtigste Mensch, der Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Oder die größte Kirchenspaltung der Geschichte gab es, wegen dem Datum, an dem Ostern gefeiert werden sollte. Gemeinden haben sich gespalten, wegen der Länge der Haare. Bei Frauen waren sie zu kurz, bei Männern waren sie zu lang. Es gab schon Gemeindespaltungen, weil die einen einteilige Hosenträger benutzten und die anderen Hosenträger, die zweiteilig waren. Also es gibt nichts, was es nichts gibt. Aber wahrscheinlich sind wir so gestrickt. Wir tendieren dazu, immer etwas zu suchen, in dem wir besser sind als die anderen. Es gibt immer einen Grund, auf andere Menschen runterzuschauen, weil wir haben ja die besseren Ansichten. Egal, ob es politische sind oder wir haben die ordentlichere Familie oder die buntere Familie oder gar keine Familie. Je nachdem. Wir sind wahlweise die, die gesünder essen, die, die keine Tiere essen oder die, denen das Wurst ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, und in der Religion, da kann man das super ausleben. Da kann man schöne Regeln aufstellen und weiß, ich bin besser. Und ich, ich kann mich über Religion auslassen und denke, ich bin besser als die, die so streng sind. Tja, das Besondere bei Jesus war, er spielte bei diesem Spiel nicht mit. Ganz viele Geschichten der Bibel handeln davon, wie Jesus einfach falsch reagierte, zumindest in den Augen der Leute und damit zeigte, was für ihn wichtig ist. Einmal war Jesus bei einem wichtigen religiösen Vertreter zu Besuch. Auf einmal stürzte eine Frau ins Zimmer, total verheult. Sie hatte ein teures Fläschchen Parfüm dabei und rieb Jesus die Füße ein. Mit ihren eigenen Haaren wischte sie wieder alles ab, das Parfüm und die Tränen. In seinen Gedanken dachte der Gastgeber, wenn dieser Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, dass diese Frau eine Sünderin ist. Für ihn war klar, diese Frau, die war ganz unten auf der Erfolgsleiter der Religion. Und wenn du mal da ganz unten bist, dann kommst du auch nicht mehr hoch. Weil alle wissen, du bist ein schlechter Mensch. Wir wissen nicht, was die Sünde dieser Frau war. Manche vermuten, dass sie eine Prostituierte war. Das kann schon sein, denn das ist traditionell die allerunterste Stufe in der religiösen Rangliste. Also, die Frau kniet da vor Jesus, total verheult. Das teure Parfüm erfüllt den ganzen Raum. Wahrscheinlich hat man das wochenlang noch gerochen. Und die Ortsansässigen, die fragen sich, ist die Frau komplett durchgedreht? Warum macht Jesus nichts? Und wenn das die Leute hören, was werden die bloß über mich denken, dass ich da dabei war? Und Jesus, der erzählte eine kurze Geschichte und die geht so. Ein Geldverleiher hatte an zwei Leute Geld verliehen. Dem einen hatte er 10.000 Euro geliehen und dem anderen 100.000 Euro. Da aber beide es nicht schafften, das Geld zurückzuzahlen, erließ er beiden die Schulden. Und er fragte, wer von beiden wird dankbarer sein? Der Gastgeber antwortete, wahrscheinlich der, dem er die 100.000 erlassen hatte. Und Jesus antwortete, genau so ist das. Schau dir diese Frau an. Ich bin zu dir gekommen und du hast mir nichts angeboten, dass ich mich nach meiner langen Wanderung waschen könnte. Aber diese Frau hier, sie wäscht mir die Füße mit ihren Tränen. Als ich hereinkam, hast du mich nicht freundlich empfangen? Aber diese Frau hier, küsst mir die Füße, seit sie zur Tür reingekommen ist. Ich sage dir, dieser Frau sind ihre vielen Sünden vergeben. Denn sie hat so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und Jesus sprach zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin im Frieden. Immer wieder treffe ich auf Leute, die sagen, ein guter Christ ist jemand, der nicht sündigt. Also jemand, der nicht stiehlt, der nicht lügt, nicht die Ehe bricht. Und das ist natürlich alles gut. Aber Jesus sagte, ein Christ ist jemand, dem seine vielen Sünden vergeben sind. Diese Frau wusste, wie schlecht sie war. Sie suchte einen Ausweg und sie spürte, dass Jesus ihr diesen Ausweg bieten kann. Wir guten Menschen denken oft, dass wir diesen Ausweg nicht brauchen. Wir sind doch ganz in Ordnung. Aber das liegt wahrscheinlich an unserem eigenen Maßstab. Im Vergleich zu dem, was andere Menschen tun, sind wir vielleicht tatsächlich ganz in Ordnung. Aber die Bibel sagt, im Vergleich zu dem Standard, den Gott hat, sind wir komplett durchgefallen. Gott ist perfekt, in ihm ist gar keine Sünde, sagt die Bibel. Aber daneben sind wir. Jesus hat es mal ganz klar gesagt. Er sagte, ihr denkt, Ehebruch ist schlimm. Aber es ist noch viel schlimmer, sage ich euch schon. Der Gedanke daran ist eine Sünde. Ihr denkt, es ist gut, wenn ich meine Mitmenschen liebe. Ich sage euch, liebt eure Feinde. Das ist der Anspruch. Und so ging das weiter bei Jesus. Er hat so hohe Ansprüche. Keiner schafft das. Wir sind alle weit entfernt von diesen Maßstäben. Aber genau deswegen ist es sinnlos zu denken, dass wir besser wären. Es geht letztendlich um die Beziehung zu Jesus Christus. Das hat nichts mit religiöser Pflichterfüllung zu tun. Es geht um Liebe. Meine Beziehung zu diesem Jesus. Und das macht einen Christen aus. Natürlich, ich soll auch meine Mitmenschen lieben. Aber ich brauche sie nicht bewerten. Ich kann mich um meine Beziehung zu Gott kümmern. Jesus hat ganz klar gemacht. Jedes Aufstellen von einer Rangliste, wer der Beste ist, ist komplett sinnlos. Wer betet mehr? Wer lebt mehr nach diesen zehn Geboten? Dieses Spiel können wir vergessen. Diese Frau, die von allen verachtet wurde, die war für Jesus die eigentliche Heldin. Wenn du das jetzt hörst und denkst, ja, ich bin so ähnlich wie diese Frau in den Augen der anderen und vielleicht auch in meinen eigenen Augen ein Totalversager. Dann hast du ziemlich gute Chancen bei Jesus. Genau für dich ist er gekommen auf diese Erde. Sag ihm deine Schuld, deine Sünden, einfach so. Du brauchst dazu keine besondere Gebetshaltung oder irgendwelche auswendig gelernten Gebete. Sag ihm einfach die Sache so, wie sie ist. Er will dir vergeben. Denn genau für dich ist er auf die Erde gekommen. Für die, die es nötig haben, dass ihre Schuld vergeben wird. Er will dir vergeben und dir ein neues Leben geben. Und egal, was dann die anderen weiter über dich reden, du kannst wissen, Jesus hat mir vergeben. Ich bin sein geliebtes Kind. Ich bin ein neuer Mensch. Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Es zählt, was Jesus über dich denkt. Und der sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin im Frieden. Das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Tschüss, macht's gut.